Anfield am Wochenende vor dem 25. Jahrestag der Hillsborough-Katastrophe. Schaltz und Blumen zum Gedenken an die 96 Liverpool-Fans, die 1989 bei der berühmten Tragödie auf den Rängen in Sheffield ihr Leben ließen. Fast genau ein Vierteljahrhundert später hat ihr Klub nun einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Vor dem Spitzenspiel gegen Man City hatten hunderte Fans den Teambus vor dem Stadion empfangen und der Mannschaft Kraft gegeben für den anschließenden 3-2-Erfolg. Beeindruckende Szenen, selbst für Liverpool-Verhältnisse. Es war einmalig, was wir zu sehen bekamen, als wir mit dem Bus das Stadion erreichten. Das hat uns zusätzlich Energie gegeben, schon bevor wir den Platz betraten. Und die Leistung der Spieler war sensationell. So zu dominieren, wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben, mit so viel Energie, Intelligenz und taktischer Raffinesse, war beachtlich. Beachtlich auch der späte Siegtreffer nach dem zwischenzeitlichen 2-2-Ausgleich. Nach zehn Siegen in Folge ist die Meisterschaft dadurch so nah wie lange nicht. Erstmals nach 24 Jahren könnten die Reds wieder den Titel holen. Vier Spieltage vor Schluss gewinnt Liverpool wie selbstverständlich. Das Erfolgsrezept. Einfach weitermachen. Wir müssen nichts verändern. Wir spielen ohne Angst und zwar egal gegen wen. Ob gegen die Schwergewichte wie City oder Norwich nächste Woche. Wir spielen ohne Angst. Wir beanspruchen für uns, den Ball zu haben und sehr hart zu arbeiten. Ich denke nicht großartig an die Zukunft. Ich denke, das ist die Botschaft und das war sie schon immer. Liverpool so nah am Titel wie lange nicht. Sollte es klappen mit der Meisterschaft, würden sich die Fans und Spieler sicher lange an den Sieg gegen City erinnern. Und an die bewegenden Minuten vor dem Spiel und die Gedanken an 89.